so es sind jetzt ungefähr drei stunden um und wie man sieht ich hoffe man sieht es ist nur sehr sehr wenig für den algenpulver über eigentlich so gut wie gar nichts mehr dafür aber jede menge wasserflöhe und mückenlarven hier den ganzen schwarm und ich sag euch mal wo die jetzt genau wuseln sieht es sind hier wirklich tausende tausende in der nähe von den alten hier an den ast in reichen hast miche drin habe ich hoffe da sieht man das besser das wimmelt wimmelt und wuselt ohne ende hier da kann ich gleich noch mal wieder ein cash auf herausnehmen ich glaube hier sieht man es auch sehr gut ja hier die sonne schön rein scheint kann ich gleich noch mal schön großen cash auf heraus holen und auf dem boden liegen noch ein paar spirulina algen und das ist gewusel groß blanke wahnsinn wenn es nicht so normal wäre man tut ja eigentlich wenig dafür außer füttern